Hi zusammen, ich bin der Bruga, das hier ist ein Horrorspiel und jetzt lese ich euch mal ein paar Leute vor. So, damit grüßt euch liebe Leute, ich bin der Bruga, das hier ist The Pulse of Evil, ein Indie-Horrorspiel und wir starten mal rein. Ist pixellig, oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es so ein Spiel ist. Ich habe nur ein bisschen so ein paar Screenshots gesehen, aber das sah ein bisschen anders aus. Egal, ich bin schön, dass ihr da seid, freut mich sehr und jetzt gucken wir einfach mal, was hier passiert. Axt. Okay. So. Gut, hier kann ich Items rotaten und so kann ich sie platzieren. Alles klar, es könnte auch interessant werden. Alter, exit closed, the inventory to equip it. Ah, okay, ich verstehe. Ist das jetzt? Oh, gut, Bap. Ja, ja. Ist das jetzt? Munition. Ich kriege immer die falsche Taste, egal. Okay. Die Tür. Oder was? Ja. Irgendwie so sehr interessant vom Spiel her. Also, kennt man ja von anderen Spielen. Wir fallen ja so keine ein. Aber natürlich kennt man diese Top-Down-Dinger hier. Eine Lampe, ne? Nicht, dass ich die kaputt... Oh. Okay. Zombies. Oder sowas. Kann ich denn rennen? Nö. Ja. Hier übrig. Oha. Pfeil. Alles klar. Ich gehe erstmal hier, kommt noch... Also, es gibt verschiedene Waffen, schätze ich mal. Jetzt habe ich noch eine Armbrust. Oder Bogen. Pfeil, Bolzen, was auch immer. Oha. Ich sehe schon, dass hier was ist. Gleich Schläge. Guck mal, die sind auch ein bisschen... Lass aus, die Viecher. Mach dich kaputt. Alter. Ey. Jetzt schon verletzt bin, oder was ist das? Ah, es geht wieder. Ah. Ein bisschen Angst, wenn ich jetzt gerade... Geht das? Nee. Gerade hier was auch machen bin. Mach mehr, Moni. Wie weit geht das denn noch? Oh. Ah, shit. Ah. 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 Das ist viel schneller, der Typ. Okay. Oh, die Gegner bleiben tot, ne? Ja, nice. Da habe ich ja mehrere Leben zum Glück. Ja, das ist auch echt fies mit dem Kotzer. Wie willst du da richtig ausweichen, wenn du keine... ...kanten oder Ecken hast? Oh, yeah. Da, da. Da ist er. Da kommt. Jetzt bin ich auch so langsam. Okay, das ist kacke. Wie gesagt, wie soll ich da ausweichen, das ist ein bisschen kacke. Warte, hier war das, ja, aber wir probieren halt mal, wie weit ich komme, aber ich würde schon gerne durchspielen, ich weiß noch nicht, wie lange es geht so genau. Hallo, Dickerchen. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Das war's. Jawohl, endlich ist er tot. Okay, jetzt wollen wir das Kram wieder. Okay, keine Knarre, kein Herz. Das finde ich so doof, dass ich jedes Mal alles ablegen muss. Was für ein Teil, bitte. Sieht aus wie Riesenkrebse. Hey. Hey. Aha. Eckviecher kann man voll verarschen. Okay, heißt das jetzt, ich bin wieder geheilt oder ist das jetzt nur temporär? Weil vorhin habe ich ja auch noch einen Treffer bekommen und bin gestorben. So. Ja, geh doch raus aus dem Inventar. Etwas anstrengend. In diesem Inventarmanagement finde ich ja. Wie gesagt, ich muss jedes Mal wieder das hier, dann das, dann das. Oh, das sind zwei. Okay. Wie geht denn das? Okay. Ah, so geht das. Was? Ich bleib trotzdem bei der Axt. Wenn ich wieder so kotzer komme, hebe ich mir das dafür auf. Ja, hier wieder. Hier wieder. Ja, auf. Wie ist das Viech? Ich weiß nicht, ob ich wieder zurückgehen soll, weil jetzt habe ich so viel Kram da. Weißt du was? Geh mal zurück und leg mal den ganzen Kram hier ab. So, pass auf, jetzt lege ich dich erstmal da hin. Jetzt kann ich schnell laufen, ne? Perfekt. Das ist glaube ich auch vernünftiger. Da habe ich später weniger Weg, wenn ich sterbe. Und ich weiß, dass ich sterbe. Nicht falls, sondern wenn. Da, 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 da. So. Genau, hier ist der Eingang. Lege ich mal, ne, warte mal, die lege ich nicht ab. So. Perfekt. Okay. Jeder down. Immer schön alles absuchen. Ja, die können nämlich aus dem Schatten kommen, die Schweine. Es ist aber auch extrem langsam mit dieser Axt. Gut, da haben wir einen Colt. Aha. So, eine Pistole halt. Blick aus, wenn wir Sachen ab, besser ist. Kein langer Weg. So. Ich muss halt diese ganzen Herzen erledigen, das ist ja klar. Da, 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 da. Aber ich habe vorhin das Herz schon schlagen hören, das andere. Ich glaube, das ist vielleicht eine gute Strategie, erstmal den ganzen Weg zu clearn und dann erst die Dinger zu erledigen. Nein. Hey. Ich fiecher. wieder der tür alter was das übrig dieser das ist ein bisschen schwierig sich daran zu gewöhnen und dieses blöde inventar management aber ich glaube hier haben wir jetzt alles sehr gut oben geht es weiter ich habe so ein bisschen angst vor denen wir machen irrsinnige range die mistviecher ich denke es kann mich verarschen so groß ist die karte ja gar nicht glaube ich stört mich dass ich mit der axt so extrem langsam bin ich spiele ich alles mit nahkampf durch ich habe mich schon wieder sterben sehen dieses dreck fehler sie ist sie ist ich gehe in he ein Reife! Ich weiß nicht, ob ich es heute besser ordnen soll. Sehr gut. Will ich das mal nehmen? Nee, komm. Ich glaube, ich schieße erstmal die Pistole leer. Jetzt muss ich aber wieder an den Start erstmal kommen. Da. Nichts! Nein! alter 20 schuss aber da geht es wieder zum start zurück weil läuft problem ist wahrscheinlich leider leider und jetzt sagt egal über die pistole mal ist klar das nachladen wir hatten ein bisschen schwer weil ich das jetzt mein inventar muss haben wir noch pistole ja ne schlagen hören gut es geht halt gar nicht dass man schnell mal eben die wache wechselt musste echt ewig im inventar immer rumsuchen erstmal ich hoffe ich habe nichts übersehen okay oh das geht schnell sehr gut oh shit dann habe ich verballert scheiße 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 hey cool das war's schon also so schwer ist es jetzt auch wieder nicht die schotty sollte ich mir halt vielleicht aufheben oder er ist halt ist halt nett aber mehr ist es leider auch nicht das spiel mal gucken weckt sich hier jemanden alter aber dann kriege ich dann den crossbow oder den bogen oder was auch immer oder ich nicht alles mitgeschleppt habe übrigens da müsste wie gesagt noch was sein da habe ich das herz gehört so ich gehe mal zurück da ist ja auch egal ich habe es ja gleich durch wahrscheinlich bestimmt auch ein boss fight es muss ja ich bin es mir nicht anders vorstellen so bleibt doch drauf so weißt du was wer braucht schon die pfeile ganz ehrlich jetzt geht das los jetzt das herz jetzt habe ich mir viele gegner da schätze ich habe ich alles geklärt da kann nichts mehr kommen aber es ist ja das letzte herz sein und ist dann schon einfach fertig das wäre jetzt sogar ein bisschen langweilig finde ich jetzt Was ist das? Da ist er was? was? du murst, was? ach komm, ernsthaft was scheiß hab ich da echt wieder hinladen und alles nochmal? oh ist der Kram da jetzt drinnen doch? oh ja, ist er das greift mich nicht an, ja ja nein oh ist das kacke ja 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 alles besiegt das war irgendwie auch lustig naja Leute, ich hab's durchgespielt was soll ich sagen war ja ganz witzig ja ich danke euch fürs zusehen fürs liken und kommentieren ist halt so ein kleiner Happen für zwischendurch nix tiefgehendes von der Story aber ich hoffe euch hat's ein bisschen unterhalten das Zombiegesplatter von Yeti, sehr gut ja ich hoffe wir sehen uns zu was anderem ich bin der Bruga 4 Tote und 51 gekillt leaving a Steam Review könnt ihr ja gerne machen ist kostenlos danke macht's gut tschüss